Dringend! Zusammenbruch der AfD-Feierwohl erschüttert Deutschland. Aber zuerst abonnieren Sie unseren Kanal. Machen Sie sich bereit, denn wir haben aktuelle Nachrichten, die Ihr Verständnis der aktuellen politischen Lage in Deutschland erschüttern werden. Die Brandmauer der Alternative für Deutschland, AfD, ist erst vor fünf Minuten zusammengebrochen und die Auswirkungen sind bereits im ganzen Land zu spüren. Wir erleben ein Szenario des Chaos und der Verwirrung, insbesondere in Thüringen, wo der Zusammenbruch dieser Brandmauer eine Reihe dramatischer Ereignisse ausgelöst hat. Die Kirchen sind in Aufruhr und protestieren vehement gegen die ihrer Meinung nach alarmierender Eskalation. Die Situation ist so angespannt, dass man es kaum glauben kann. Die AfD-Chefs Born Höcke und Ellis Weidel müssen jubeln. Denn dieser Zusammenbruch bedeutet für die Partei einen bedeutenden Fortschritt. Sie haben wiederholt darauf hingewiesen, dass der Widerstand der traditionellen Parteien gegen die AfD schwindet. Und nun scheint es, dass genau das passiert. Die Frage ist nun, wie wird sich das auf die bevorstehenden Wahlen in Thüringen auswirken? Viele beginnen sich zu fragen, ob die AfD letztendlich als Sieger hervorgehen wird. Diese Nachricht verbreitet sich schnell, und die Wähler versuchen verzweifelt zu verstehen, was dies für die politische Zukunft der Region bedeutet. Aber damit ist die Situation noch nicht beendet. Uns liegen Berichte vor, dass die Spannungen im ganzen Land zunehmen und in mehreren Regionen bereits heftige Konflikte herrschen. Politiker, Bürger und insbesondere Mitglieder der Religionsgemeinschaft äußern ihre Bedenken auf eine noch nie dagewesene Art und Weise. Der Fall dieser Feier wohl bedeutet, dass die AfD-Barrieren durchbricht, die zuvor unüberwindbar schienen. Trotz der zahlreichen Skandale rund um die Partei gewinnen sie immer mehr an Stärke und Unterstützung. Die oft kritische und einseitige Medienberichterstattung konnte den Vormarsch der AfD vor allem im Osten des Landes nicht aufhalten. Und nicht nur Politiker und Medien sind aufgeregt. Wir erhalten immer mehr Berichte von Bürgern, denen persönliche Konsequenzen für die Äußerung ihrer politischen Ansichten widerfahren. Einige haben ihren Arbeitsplatz und ihre Beziehungen verloren und sind mit sozialer Isolation konfrontiert. Nur weil sie sich bestimmten Ideologien angeschlossen oder sie unterstützt haben. Dieses Szenario wirft eine entscheidende Frage zur Meinungsfreiheit in Deutschland auf. Können wir unsere politische Meinung wirklich frei äußern, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben? Dies ist für uns alle ein wichtiger Denkanstoß. Um auf die Hauptnachrichten zurückzukommen. Der Fall der AfD-Feierwohl löste eine Welle von Reaktionen auf Social-Media-Plattformen aus, insbesondere auf Telegram, wo die Diskussionen brodeln. Über die Auswirkungen dieses Ereignisses auf die bevorstehenden Wahlen und die deutsche Politik im Allgemeinen wird intensiv debattiert. Was bedeutet das für die Zukunft Deutschlands? Wird es der AfD gelingen, ihre Wählerstimmen zu halten und sogar zu steigern? Viele Experten sind sich uneinig, aber eines ist sicher. Wir treten in eine neue Ära der politischen Unsicherheit ein. Kirchen wiederum fordern, dass jeder, der mit der Kirche verbunden ist, öffentlich erklärt, dass er die AfD nicht unterstützt. Diese Maßnahme, die von vielen als extrem angesehen wird, löst noch mehr Kontroversen aus. Inmitten all dessen versuchen politische Führer anderer Parteien, insbesondere der CDU und der SPD, auf diese neue Realität zu reagieren. Der Druck auf Ministerpräsident Rainer Haselow wächst und es wird eine klare Haltung von ihm gefordert. Der Zusammenbruch der AfD-Feierwohl ist mehr als ein einfaches technisches Ereignis. Es ist ein Symbol für tiefgreifende Veränderungen in der deutschen politischen Landschaft. Während traditionelle Parteien darum kämpfen, ihre Position zu behaupten, durchbricht die AfD-Barrieren und stellt den Status quo infrage. Der Zusammenbruch der Brandmauer der Alternative für Deutschland, AfD, ist kein Einzelfall. Es markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der deutschen Politik. Dieses Ereignis offenbart eine Reihe latenter Spannungen, die nur darauf warteten, auszubrechen, und die tiefe Spaltungen und Unruhen innerhalb der deutschen Gesellschaft widerspiegeln. Um die vollen Auswirkungen dieses Ereignisses zu verstehen, ist es wichtig, mehrere miteinander verbundene Faktoren zu berücksichtigen. Erstens zeigt der Zusammenbruch der AfD-Brandmauer den wachsenden Einfluss der Partei in Deutschland. Traditionell galt die AfD als Oppositionspartei mit begrenzter Unterstützung. Allerdings wird mit diesem Ereignis deutlich, dass die AfD insbesondere in Regionen wie Thüringen zu einer dominanten politischen Kraft wird. Dieser Fortschritt ist für traditionelle Parteien wie CDU und SPD besorgniserregend, die nun vor einer gewaltigen Herausforderung stehen, ihre Dominanz zu behaupten. Die Reaktion von Führungspersönlichkeiten wie Born Höcke und Alice Weidel zeigt, dass die AfD bereit ist, diese Dynamik zu nutzen. Sie sehen darin eine Bestätigung ihrer politischen Strategie und eine Chance, ihre Unterstützungsbasis weiter zu stärken. Die Feier innerhalb der AfD deutet auf einen Moment neuer Energie und Entschlossenheit hin, der ihr bei den nächsten Wahlen deutlich Auftrieb geben könnte. Während die AfD feiert, sind andere Teile der deutschen Gesellschaft alarmiert. Vor allem die Kirchen reagierten heftig. Die Entscheidung, von ihren Mitgliedern eine schriftliche Erklärung zu verlangen, dass sie die AfD nicht unterstützen, ist eine drastische Maßnahme, die die Besorgnis unter religiösen Führern verdeutlicht. Dies spiegelt den Versuch wider, die moralische und ethische Integrität innerhalb religiöser Institutionen zu wahren, kann aber auch als Verletzung der Meinungsfreiheit des Einzelnen und der politischen Zugehörigkeit angesehen werden. Darüber hinaus verdeutlichte die Situation die Spannungen rund um die Meinungsfreiheit in Deutschland. Viele Bürger berichten von schwerwiegenden persönlichen Konsequenzen für die Äußerung ihrer politischen Meinung. Dies wirft wichtige Fragen zu den Grenzen der freien Meinungsäußerung und den gesellschaftlichen Auswirkungen auf, wenn man sich bestimmten Parteien oder Ideologien anschließt. Wenn die Meinungsfreiheit beeinträchtigt wird, könnte das Vertrauen in demokratische Institutionen ernsthaft untergraben werden. Traditionelle Parteien müssen ihre Strategien überdenken. Es reicht möglicherweise nicht aus, die AfD zu ignorieren oder sie weiterhin in einem negativen Licht darzustellen. Es erfordert ein tieferes Engagement und Verständnis für die Sorgen und Forderungen der Wähler, die sich der AfD zuwenden. Die Politik der Ausgrenzung und Dämonisierung hat bisher nicht funktioniert und wird voraussichtlich auch weiterhin wirkungslos bleiben. Der Zusammenbruch der AfD-Feierwohl ist ein Zeichen für turbulente Zeiten in der deutschen Politik. Es zeigt die Fragilität der Barrieren, die traditionelle Parteien auf Recht zu erhalten versuchten, und unterstreicht die Notwendigkeit eines umfassenderen und verständnisvolleren Ansatzes für den Umgang mit der wachsenden Unterstützung für die AfD. Es ist eine Zeit der Besinnung für alle Bürger und politischen Entscheidungsträger in Deutschland. Als Nation ist es von entscheidender Bedeutung, den Umgang mit der Meinungsfreiheit und den Umgang mit politischen Differenzen neu zu bewerten. Dialog und gegenseitiges Verständnis müssen Vorrang vor Spaltung und Konflikt haben. Wir werden diese sich entwickelnde Situation weiterhin genau beobachten und sie über Aktualisierungen informieren. Bleiben Sie dran, denn diese Neuigkeiten sind noch lange nicht vorbei. Bis bald mit weiteren Neuigkeiten.